Mein Name ist Roland Renn. Ich bin jetzt in der vierten Generation hier in der Schuhmacherei tätig. Ich bin seit 2007 hier in der Vorarledergasse in Nürnberg und es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben uns spezialisiert auf Maßschuhe und hochwertige Reparaturen. Am meisten begeistert mich die Individualität in unserem Handwerk. Das heißt, dass zwar immer wieder ähnliche und gleiche Materialien und Formen verwendet werden, aber sich der Schuh eigentlich doch immer wieder neu selbst erfindet, indem das wieder neue Farbkombinationen, neue Färbetechniken kommen, neue Materialkombinationen und eben das auch ein bisschen unterstrichen wird von den Leisten- und Schaftmodellen. Die normalen typischen Arbeiten sind eigentlich die Reparaturen. Das heißt, hochwertige Schuhe, die stark verschlissen sind, herzustellen, wie wenn sie wieder nagelneu wären. Das macht am meisten Spaß. Oder eben dann auch genauso die Maßschuhe. Das sind dann Kunden, die mal den Traum hatten, sich einmal im Leben Maßschuhe zu kaufen oder eben auch teilweise ein bisschen Probleme mit den Füßen haben. Und da machen wir halt quasi noch wie früher richtig hochwertige Schuhe, die eben dann auch, wenn es bei richtiger Pflege behandelt werden über die Jahre, ein ganzes Leben lang fast halten. Also die Ausbildungsdauer ist drei Jahre. Die Voraussetzungen für den Beruf sind eben einfach handwerkliches Geschick, Freude mit Materialien zu arbeiten, auch vor Maschinenarbeit nicht zurückzuschrecken und auch Kontakte zu knüpfen. Also jemand, der jetzt ein bisschen Eigenbrödler ist und sich nur gern hinter dem PC versteckt oder ins Eck sitzt und da nicht so der kontaktfreudige Mensch ist, für den, denke ich, ist es eher schwierig. Und in dem Moment, wo man sich selbstständig macht, muss man halt raus zu den Kunden. Weil sie müssen ja ihre Produkte auch verkaufen und sie müssen den Kunden ja auch erklären, warum man jetzt einen Maßschuh oder einen hochwertigen Schuh kaufen soll. Und in dem Moment, wo man sich selbstständig macht, muss man sich selbstständig macht,